Gleich erscheinen, da kommt er schon, Quantum Prost, dreiecker Hannoveraner Fuchs von Quantensprung aus seiner Mutter von Fürst Fohlenhof. Quantum Prost wurde gezogen von Herrn Michael Schenk, ist auch Besitzer dieses Pferdes, Jakob Schenk für den Kloshof Medingen, präsentiert uns diesen Fuchs. Dann zweiter Position dieser Gruppe erscheint die 252 Vivino Gold, dreijähriger Hannoveraner, Hengst von Vivino Maldon Romantik, stammt aus der Zucht von Herrn Wilhelm Bollhorst, steht im Besitz der Sportpferde Magler JT, Mitbesitzerin Frau Selina Hattje. Und diese Dame stellt uns diesen Hannoveraner auch vor, für den Reit- und Fahrverein von Elmshorn und Umgebung Vivino Gold. Zucht. Zucht. Die Aufgabe beginnt. Bitte auf der linken Hand im Mittelschritt Abteilung bilden. Bitte einmal bis A antragen. B im Arbeitstempo antragen. Leicht traben, ganze Bahn. Die Aufgabe beginnt. Durch die ganze Bahn wechseln. Die Aufgabe beginnt. Die Aufgabe beginnt. Die Aufgabe beginnt. Die Aufgabe beginnt. Durchparieren zum Schritt, Mittelschritt am langen Zügel. Durch die Länge der Bahn wechseln. Die Aufgabe beginnt. 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 Im Arbeitstempo antragen. Leicht traben. An den nächsten zwei langen Seiten die dritte verlängern. A. Auf dem Zögel geritten und zur geschlossenen Seite hin aussitzen und angaloppieren. A. Ganze Bahn. Eine lange Seite Arbeitsgalopp, eine lange Seite Galoppsprünge verlängern. A. Durch die ganze Bahn wechseln und auf der Wechsellinie durchforieren zum Arbeitstrab. Gleich traben. A. Auf dem Zögel geritten und zur geschlossenen Seite hin aussitzen und angaloppieren. A. Ganze Bahn. Eine lange Seite Arbeitsgalopp, eine lange Seite Galoppsprünge verlängern. A. An der kurzen Seite durchforieren zum Arbeitstrab. Gleich traben. A. Auf dem Mittelzögel geritten und Zügel aus der Hand kauen lassen. A. Auf dem Mittelzögel geritten und zur geschlossenen Seite hin aussitzen. A. Zügel wieder verkürzen. A. Die ganze Bahn. A. Auf dem Mittelzögel geritten und zur geschlossenen Seite hin aussitzen. A. An der kurzen Seite aussitzen und durchforieren zum Schritt. Mittelschritt am langen Zügel. B. Rechtsum. E. Rechtsum. Durch die Länge der Bahn wechseln. Die Bahn. Das war's für heute.